Zurück bei Kamikaze auf Viva 2. Darko, du hast die falsche Kamera gezeigt. Das ist die 2, du hast gesagt, ich sag Ihnen die 3 schon. Nein, das war die 2. Ja. 2. Ja. Darko, wenn Sie eine Aufnahmeleiter brauchen, der Sie verarscht, die Bemolation, nehmen Sie den Darko. Der sagt Ihnen die 3 und dann war es die 2. Habt ihr mitbekommen? Ja, hab's gesehen. Ja, hab's gesehen, ja. Fies, oder? Wobei, ich bin schon ein bisschen abwesend. Aber ich hab's ein bisschen, ich hab's doch gemeistert. Oder was nicht, du bist immer ganz hervorragend. Dankeschön. Ich wünsch, ich könnte Dito sagen, so sag ich Dankeschön. Spiel doch mal einen Riff. Spiel doch mal irgendwas knallhartes hier. Ich bin mir völlig überwältigt von meinem eigenen Sound. Wie findest du meinen Gitarrensader? Ja, mach doch, ich würde mal hören. Hey, es ist immer super, sich mit euch zu unterhalten. Übrigens fand ich den Sound sehr freundlich. Sehr freundlich? Ja, vielleicht für den anderen Nächsten. Hast du das jetzt nicht ernst? Oder Astrid Winkiel filmt? Das Böse kam über Bullerbü. Wann? Michel ahnte noch nichts von seinem Unglück, als er über Bullerbü kam. Doch auf einmal kam ein grüner Mann aus dem Büsch befunden. Ich bin Astrid Winkiel. Nein! Du musst jetzt so düster werden. Also das Böse kommt nach Bullerbü. Ja, weißt du so. Das langsam kommt das Böse nach Bullerbü. Langsam kommt das Böse nach Bullerbü. Und es packt zu! Ja! Ist das eigentlich so, dass Gitarristen im Proberaum nerven? Teilweise schon, ja. Immer eigentlich, oder? Nerven immer, ja? Ist das im Proberaum? Ist das nicht immer so, ich hör mich nicht, ich bin breit, Hals im Maul, ich hab keinen Bock mehr. Das Keyboard ist am Arsch, Leiterplatten kaputt. Ist das so? Ja gut, wir proben ja nie. Insofern sollen wir das wissen. Wir sind so reich, weißt du. Das soll ich hören. Ich wollte es nicht selbst sagen, ja. Wieso? Spielst du auch ein Instrument eigentlich? Ich spiel mit der Monika. Mit der Monika? Ja. War schon vermutlich besser als singen? Ähm... Wer ist der beste Sänger bei euch in der Band eigentlich? Der Till. Der Till ist der beste Sänger. Aber... Das ist immer schwer zu sagen. Mit den Haaren. Mit den Haaren, scheiße. Die Haare verschlucke ich immer. Ja, das gibt kein Bravo-Starschnitt. Nein. Nein. Ja. Vielen Dank, dass ihr hier wärt. Ich wünsche euch noch ganz viel Sex mit meinem Kamiketschen. Ja? Ja? Können wir mal einen innen fassen? Oder... Ich meine... Ich möchte, dass das Kamiketschen nachher genauso wunde Beine hat. Ja? Darauf kann ich doch verlassen, Nils. Nein, nein, nein. Nein, nein. Vielen Dank, ja? Und weiterhin so schön den Tieftöner zupfen, ne? Ja. Ja, du holst. Hier, ne? Ich bin da mal für Prägen. Ich geh jetzt raus, du spielst noch einen Riff, okay? Du spielst noch einen Riff. Nein, nein, du spielst jetzt einen Riff. Du spielst noch einen Riff. Ich spielst noch einen Riff. Ja, okay. Du bist mit Sender, ja? Vorhin wolltest du unbedingt spielen, ja? Ich wollte Riff spielen, ja? Ich wollte Riff spielen, ja? Ist das an? Ja, ja. Ich bin Riff. Wie geht da raus, ich da? Wie geht da raus? Ja, also, Nils. Mach's gut. Ist ja ganz einfach. Tschüss! Teleg. Wie geht da raus? Wird nicht nicht Happy kommt? Mist is ja z石el. Wird nicht wieder neu?